Schmuckkästchen Ekelaft hier, ganz ehrlich. So, zack. Untersuchen. Sieht wie ein spezial gefertigter Kasten für irgendein Werkzeug aus. Daran befindet sich etwas. Ja, dann mach doch mal auf, das Ding. Was ist denn das? Was ist das denn? Ein Dietrich. Oh, endlich ein Dietrich. Sehr gut, damit können wir jetzt ein bisschen was knacken. Sehr gut, das freut mich doch. Das ist toll, man nicht so. Damit können wir jetzt die Schlösser knacken. Würde ich mal behaupten. Das sieht ja irgendwie echt eklig aus. Was ist denn das hier, ey? Na gut, dann knacken wir mal die Schlösser. Aha. Sehr gut. WTF? What? Was ist denn das? Äh. Okay. Warte, muss alles raus. Hat er gesagt. Parasit. Warte, man kann mit Parasiten infiziert werden. Naja, allerdings. Wie geht es das hier? Ekelhaft. Wo muss man denn lang gehen? Jetzt, warte mal, da ist das noch da. Und da müssen wir noch da. Gitti, 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 gitti. Und da ist es noch da. Bist du immer ekelhaft, ha? Okay, ja. Okay, ich schaffe das. Okay, eins von vier. Ekelhaft. Wie widerlich. So ekelhaft hier, ganz ehrlich. Okay, jetzt haben wir den zweiten. Okay, ich höre es doch irgendwo platschen. Alter, dunkel und ekelhaft und bäh und hast du nicht gesehen. Iggit. Okay. Was zum? Alter, ist das müderlich. Ähm, nee, warte mal. Wann ist das jetzt? Wow. Scheiß Viechzeug. Die sind ja überall, diese Drecksviecher. Ne, kaut mir mal mit. So, ob es, ob es, ob es nicht schon reichen würde, dass wir ein Nemesis an den Hacken haben. Nee, wir haben auch diese Viecher jetzt hier noch. Gitt, ey. Das ist echt ekelhaft. Ah, Respekt, da hat sich Capcom nicht was einfallen lassen. Muss man ja schon mal sagen. Was haben wir hier? Okay. Okay. Drei von vier. Die Frage ist, ist da das nächste? Und dann müssen wir weiter nach vorne. Noch ein Kraut. Dann gehen wir mal gucken, was hier ist. Vielleicht ist ja oben was. Alter, wie geht's? Ist das ekelhaft. Pistolenmunitionen. Immer gerne. Nachladen. Jetzt geht's da wieder runter. Auch noch. Oha. Na. Auch noch ein Schalter. What? Fertig. Weg hier. Okay. Oha, ist noch eins. Ekelhaft. So, warte mal kurz. Ähm. Strom ist wieder angeschaltet. Am Steuerpult den Hauptstrom wieder anschalten. Muss jetzt mal ein Schluck nehmen, vorne. Sekunde. So, jetzt nicht zu raus, ja? Ach, du Kacke. Äh, warte, wo geht's denn lang? Okay, hier wieder hoch. Nachladen nicht vergessen. Da gibt's denn noch was. Chats Notiz. Was zur Hölle ist hier los? Klar, all der seltsame Scheiß, der die letzten Tage hier abging, war schon heftig. Diese seltsamen Viecher, die Nester bauen. Der metallische Geruch, der durch die Lüftungsöffnungen strömt. Aber Mann, jetzt ist hier über Nacht alles zur Hölle gegangen. Ich muss nach meiner Ma in der Stadt sehen, aber der Boss sagt, ich darf nicht weg, ehe ich nicht alle Trennschalter umlege. Verdammt nochmal, ich erledige das besser schnell, damit ich hier rauskomme. Ich bin total gearscht. Mein Bauch tut so weh, ich kann mich kaum bewegen. Beim letzten Schalter ist mein fettes, hässliches Viech direkt in die Fresse gesprungen und hat mir eine massive Röhre in den Rachen gerammt. Ich konnte weglaufen und habe es irgendwie geschafft, mich nicht zu übergeben. Scheiße, tut das weh. Fühlt sich an, als ob sich etwas in mir bewegt. Ich halte irgendwie durch. Kann ich glauben, dass ich nicht gekotzt habe? Scheiße, es tut so weh. Es reißt mich in Stücke. Ich glaube, es ist aus für mich. Ich liebe dich, Mama. Ja. Das war nicht gut. Du hättest es übergeben müssen. Wäre in der Tat schlauer gegangen. So, Fluchtweg. Da rum, da raus. Das ist echt wie ein Labyrinth. Langer Weg und dann dahin. Ne, einmal hoch. Ne, einmal da lang. Genau. Frag mich, was das so komische Viecher sind, ey. Ähm. Doch schon wieder leicht angeschlagen. Volle Kanne durchlaufen. Nicht zu weg hier. Ach, ist ja ekelhaft hier, ganz ehrlich. Okay, das haben wir geschafft. Ähm, was ist das jetzt? Okay. Jetzt bleibt nur noch der Hauptstromschalter. Geht an. Ah, geht doch. Sehr schön. Dann kann ich jetzt... Konnten wir hier nicht safen? War das nicht so? Klar, hier war es so. Safen. Sehr gut. So, mit dem Viecherst können wir dann auch die anderen Dinge alle, ähm... Ähm, dementsprechend uns dann, ähm, nutzen. So, okay. Hier ist... Hier ist doch richtig. So, dann wollen wir mal sehen, wo es jetzt weitergeht. Ähm... Ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz halt... ...zurück, ne? Wir sind jetzt im U-Bahn-Unterwerk. Und ich glaube, wir müssen jetzt... Ja, zur U-Bahn-Station zurückkehren. Das heißt, wir müssen zurück, äh... ...zu der, ähm... City... Hier ist aber irgendwo noch ein einfaches Schloss. Hat er mir gezeigt. Dann mal gucken, ob wir da auch nochmal rankommen. Okay. Alles klar. Hier war... Mhm. Okay. Das gefällt mir hier alles nicht. Da ist noch ein Schloss. Das wir knacken können. Äh... Wapp, 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 wapp. So, Dietrich. Äußerst nützlich. Naja, Pistol-Munition. Das ist so cool. Okay. Wir sollen jetzt zurück zu dem Stellwerk. Ähm... Sind wir hier? Äh... Schaltzentrale, Schreibmaschine. Sind wir hier? Ja. Okay, dann mal gucken. Mhm. Äh... Wo? So, da ist auf jeden Fall noch eine Schreibmaschine in ein einfaches Schloss. Da haben wir noch was zum knacken. Tür mit Vorhängeschloss. Ähm... Einfaches Schloss. Also wir haben hier noch diverse Dinge. Tresor, den haben wir auch noch. Donutladen. U-Bahn-Büro. Das haben wir da. Alles klar. Wir sind jetzt... Wo sind wir eigentlich? Hier oben. Das heißt, wir müssen zurück. Hier durch die... Hier durch die Garage. Okay, dann gehen wir mal. Oh, scheiße. Oh, Alter. Alter, okay, weg. Wir hauen ab. Lauf, 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 lauf. Alter, habe ich mich jetzt verjagt. Alter, nicht das Messer. Schnell weg. Lauf, 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 lauf. Oh, Alter. Blödes Scheiß-Nemesis. Nichts weg, 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 weg. Der kommt. Lass mich in Ruhe. Oh. Oh. Okay, warte, 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 warte. Wir sind jetzt hier in der Garage, ne? Okay, wir müssen eh hier durch. Hier das Dings aufmachen. Alter, dieser Scheißvieh. Oh. Leckt mich am Fuß. Erste Hilfespray. Okay. Erstmal Check-Long machen. Moment, 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 Moment. Moment, Moment, Moment. Wo war'n das jetzt? Ist irgendwie gerade ein bisschen... Genau. Warnung, wir sind schwer angeschlagen. Okay. Das Gute ist, hier ist ein Safe-Raum. So. Äh, M3-Flinte könnten wir mitnehmen. Bolzenschneider brauchen wir nicht. Grünes Kraut wird nicht reichen. Ähm. So, okay. Oh, diese Musik im Hintergrund, ne? Das macht mich wahnsinnig. Scheiß. Nemesis, ey. Ich hasse diesen Typen. So, okay. Wir safen mal. Besser ist das. Alter, da hat man schon so ne Wumpe und dann sowas. So, okay. Wir sind erstmal safe. Da ist ein Tür mit Vorhängeschloss. So. Und hier ist auch noch irgendwas. Hier ist ein Denkmal. Hier ist ein einfaches Schloss. U-Bahn-Station. Ach, das ist da, wo wir eigentlich hin sollen. Beziehungsweise im Stellwerk. Das wäre denn hier. Hm. Da ist ein Tresor. Und hier ist... Ein einfaches Schloss. Okay. Wir sind hier. Da raus. Rechts. Äh. Links rum. Tröppen runter. Ja, ist klar. Tröppen runter. Gott, ich hör ihn. Lauf, 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 lauf. Ja, ja, ja. Ich weiß. Oh. Scheiß Typi, ey. Geh mir nicht auf'm Eier. Oh, du gehst mir. Scheiß Typ. Nimm mir das Typ. Ah. Moment, ich muss gucken. Ich bin hier. Ja, Donut laden durch, ne? Äh, Schreibmaschine, Inventarbox, Schloss. Okay, Donut laden rein. Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Aufmachen, aufmachen. Ah. Alter. Alter, dieser Scheiß-Typ, ey. Dieser Scheiß-Typ. Vielleicht sollte ich mal die andere Flinte benutzen. Ähm. M3-Flinte und das Gewehr mal hier lassen. Nur mal so eine Idee. So, wie war das? Ähm. Wenn wir mischen, ergibt kombiniert mit Schießpulver, Flinten-Munition oder Meck-Munition. Okay, rausnehmen. Wir machen mal ein bisschen Muni. Alter, weiter. Das ist ein Scheiß-Typ, ne? Dieser Scheiß-Typ. Jetzt haben wir den natürlich da draußen an der Backe. Wir sind hier. Wir müssen da raus wieder. Und haben den Typen an der Backe. Mann, 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 Mann. Äh. Kombinieren. Äh. Kombinieren. 20 Schuss. Äh. Warte mal. Nee. Ich muss den ja erstmal drauflegen. Äh. Dort. Äh. Schnellzugriff. So, okay. Haben wir. Ja. Und nebenbei. Und wir sind noch angeschlagen. Auch noch. Ähm. Nutzen. Kombinieren. Hiermit. Ja. Ja. Und draußen läuft unser Freund Nemesis. Ich werde okay. Nee, warte mal. Speichern erstmal nochmal ab. Ey, das ist mir lieber. Ja, das mit dem Ausweichen kriege ich noch nicht hin. Ähm. Mal. Okay, okay. Das ist das. Alles klar. Und das ist... Okay. Mhm. Ich hasse diesen Typen, ne? Mr. X. Die Musik gefällt mir nicht. Ich bleib hier. Mr. X hat mir schon in Teil 2, äh, auf... Ist mal auf Eier gegangen. Aber Nemesis ist ja nochmal nochmal härter. Alter, die Mucke, ey. Ich hab wirklich Schiss, da rauszugehen. Vor allen Dingen jetzt, gerade in dem Moment. Das interessiert er natürlich gerade nicht. Macht meinen Controller schlapp. Muss ich mal ganz kurz die, äh... Batterien wechseln. Auch ne geile Nummer. Ähm. Geht gleich weiter. Wir probieren gleich unser Glück. Aber echt. Das ist schon wieder so ne... Nemesis ist echt nervig. Alles klar. Okay, also... Ich hab's Gefühl, der ist hier drin, ne? Ja, 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 ja. Äh. Ne, 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 ne. Er ist natürlich hier drin, ne. Und ich will an diesen verkackten Dings ran, ne? Ja, hat uns natürlich in die Ecke getrieben. Okay, ähm... Lange Rede, kurzer Sinn. Ausweichschritt. Okay, hier liegt was. Boah. Versorgungskiste. Oh, komm, mach die... Mach das hier auf. Mach das auf. Mach das auf. Auf, mach das auf. Auf, mach noch mal. Alter, Alter. Okay. Benutzen. Knackt das Schloss. Nebenbei, äh... Nemesis im Nacken. Okay, ich glaub, ich bin aber verkehrt gegangen. Okay, warte, warte, wo sind wir? Wir sind da. Okay, wir könnten... Da ist die U-Bahn-Station. Ich muss da lang. Shitter. Ich muss da lang. Durch den Donutladen. Ähm... Alternativ... Komme ich... Inventarbox. Okay, das haben wir gemacht. Also, das ist jetzt das Einzige, was hier noch ist. Das war Tür mit Vorhängeschluss. Okay, wir gucken uns das mal an. Ob wir da auch reinkommen. Äh... Ja, geht. Glaube ich. Tatsache, geht. Jetzt läuft der da draußen rum. Ich werde... Ist das denn ihre Charly-Figur? Die originale Charly-Figur basiert auf dem Konterfeil des Gründers von Toy-Uncle, Charly McBurgen, und wurde zum Maskottchen der Firma. Wir freuen uns, Ihnen zu unserem 25. Jubiläum eine Porzellan-Charly-Figur zu präsentieren. Diese von unseren Mitarbeitern mit Liebe und Sorgfalt von handgefertigte Figuren in limitierter Produktion ist ein ideales Geschenk. Wir hoffen, dass Charly seinen Platz als geschätztes Mitglied ihrer Familie findet. Vorsicht, dieses Produkt ist extrem zerbrechlich. Schützen Sie es vor Fällen und Stößen. So, jetzt muss ich ja mal ganz kurz gucken. Wir haben hier diese komische Versorgungsbox. Gucken, was das ist. Was ist das? Oh, erweitertes Magazin. Jawohl. Kombinieren. Yes. Mehr Muni für die Knarre. Okay. So, gibt wieder einen mehr. Da steht er. Guckt er. Da ist er. Und wartet. Diese Ratte. Der Scheiß-Typ. Dieser Scheiß-Typ, ey. Ganz ehrlich. Okay. Wir müssen an ihn vorbei. Dann durch den Donut laden. Komplett durch. Äh, warte. Warte. Das gibt's doch nicht, ey. Steh auf, Mann. Okay, jetzt aber los. Vor allem, wir waren ja schon quasi da. Mann. Du blödes Vieh. Steh auf. Na. Meine Fresse, dieser Scheiß-Typ. Alles klar. Lauf, 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 Chill, lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Weiß nicht, ob wir richtig sind. Okay, jetzt sind wir hier. Okay, U-Bahn-Büro war da. Wir sind da schon ganz vorbeigelaufen. Mein Gott. Halt. Trisor. Oh. Scheiß Typ. Ja, komm. Oh, das gibt's doch nicht. Moment, ey. Das ist ja furchtbar. Ich hasse diesen Typen. Scheißverkackter Nemesis, ey. So, bin ich richtig? Entschuldigung. Einfacher Schloss, okay. Erstmal das Schloss. Wichtigste. Erste Hilfe-Spray. Das kommt gut. Äh, wie viel Munition haben wir noch? Ne, nicht so viel, ne? Okay. So, jetzt sind wir hier. Jetzt müssten wir... Schalttafel, einfaches Schloss. Alles klar. Also, in die Richtung müssen wir. Natürlich müssen wir dran vorbei. War ja... Mach auf. Erstmal müssen wir das jetzt hier aufmachen. Das nehmen wir jetzt mit. Schlösser knacken sind wichtig. Was haben wir denn da? Munition. Okay, eine Route. Äh. Okay. Redstone ist oben. Na, dann müssten wir... Äh... Past Avenue. So wie ich diese Sache sehe. Faust Avenue. M-A. R-E. S-A. Faust Avenue. Äh... 0-2. Okay, das ist wirklich einfach. Dann, ähm... Wir wollen ja Fox Park, ne? Hat er gesagt. Ähm... Dann müsste es weitergehen nach... Ähm... Raccoon Central Station. Äh... F-O. Raccoon. Raccoon. Raccoon Central Station. Raccoon Central Station. Untertitelung des ZDF, 2020